und wieder guten tag herzlich willkommen und moin moin l22 nordfriesisch umarsch natürlich auf geht's so weiter geht's große erntezeit nach wie vor haben wir noch weil sie nicht 100 hektar zu ernten aber mal eine zahl an raum geworfen aber so ein bisschen mehr sogar vorne fängt er fängt dann ist der john deere schon da das ist gut wir müssen die beiden mädrescher jetzt auch gleich erstmal fertig bekommen damit die sich an position 1 und 2 einreihen oder hätten von drei und vier und damit vier mädrescher schon 39 runter ernten das dauert dann auch nicht mehr lange 20 minuten ungefähr eigentlich muss das fast machbar sein in dieser folge das ganze feld zu ernten aber den müssen wir dann gerne auch zur zuckerfabrik los schicken wenn er voll ist und so natürlich nicht in den lkw rein so gute fahrt ständig sie bitte oder gesparte 39 viermal kurs laden aktivieren zurück nächster wegpunkt links zwei wäre das auge das andere denke ich so falsch weil wir nämlich jetzt hier einstellen links zwei natürlich schon ein bisschen komisch weil dann würde jetzt gleich die ecke hier noch mal dreschen aber zwischenzeit zack 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 machen wir den nämlich fertig das dauert ja auch ein bisschen und rein die sich ganz gut ein ein gewollte support im winterfest zu machen macht sinn wahrscheinlich nicht mehr so die badezeit jetzt ne so durch für dieses jahr eigentlich können wir natürlich jetzt versuchen ihm gleich zu folgen da wo er hinfährt wollen wir dann auch hin ja Also eigentlich müsste es hier noch gehen mit nächster Punkt. Achtung Hilfe, dass er kommt. So, eigentlich können wir ja hier auch rein bunkern. Können wir gut. Mal Zeit. Alles richtig gemacht, Feierfighter. Passt schon. Ist ja nicht was falsch sein sollte. So, und die fahren nämlich jetzt zu den Beeten. Das ist nämlich genau das Ding. Und die kommen ja gleich hinterher hier, die beiden. Passt doch, ist genau richtig eigentlich. Dann sind sie in Reihenfolge. Von dir ist der Erste. Und der Zweite. Blas der Dritte. Case der Letzte. Wo würde ich noch der kriegen? Ist eigentlich egal, weil die Reihen sich in die Beete hinten ja eh passend ein. Mal Zeit, Mal Zeit, Mal Zeit. Oder Firefighter siehst du hier. Ist doch komisch. Das ist doch alles. Und der Case möchte auch schon wieder leer gemacht werden. Dann kriegen wir aber den JCB wahrscheinlich auch schon voll. So. Das ist die zweite Ladung hier. So für die Malzproduktion. So. Haben wir schon erreicht. hast wir den trotzdem losstücken bevor er auf einmal vom anderen mähtrescher getriggert wird dann besser selber abfahren aber nicht durch die frucht auf dem meter zu heizen und sich vor schneidwerk stellen und die beiden sind wir schon durch jetzt wird es auch spaßig hier so muss erde laufen hier ok lass uns aber erst mal passieren zwar kein wasser bin hier aber funktioniert auch oder jetzt mal erst leer machen weil wir jetzt alle vier am laufen halten wollen da dann ist gut wenn wir den einmal vor leer haben bevor wir jetzt die mähtrescher anfangen anzufahren wir haben schon ordentlich platt gefahren hier vorne wie viel hühner benötigt man um alle produktionen das ganze jahr mit eiern versorgen zu können das würde ich auch mal wissen wollen keine ahnung weiß das jemand wie viel hühner habt ihr so und könnt ihr alle produktion versorgen die ei brauchen da ist mario da ist die neue eisproduktion natürlich muss der schlachter auch mit hühner versorgt werden keine ahnung das ist eine sehr gute frage auf jeden fall also immer nicht was ich klick so muss das aussehen leute wie mit drohen aufnahmen hier das wird jetzt ratzfatz gehen wo auch nur wenn wir alle hier im laufen halten das schafft man nur weil ja so wie hier also leinsaat wird wahrscheinlich auch gehen aber sorgung hier so raps sonnenblumen all solche geschichten die drei schon so schön beieinander fahren kein problem immer danke dir für 33 monate mit prime server im start danke dir für dein support moin moin danke danke na gut lassen wir durch eigentlich hier ein zu schimpfwort wenn wir dann eine prüfung vom jahr bei 10.000 hühner also fünf große hühner stelle oder wie ein richtig schönen hühner zucht aufbauen ja schon praktisch das auto sein man hat natürlich man merkt dass jetzt zwischendurch es ist kurz mal wirklich aber wenn ich jetzt ins menü gehe habe ich nicht mehr die gedenksekunden weil er dann anfängt zu speichern das ist schon echt gut game saver mod bei dem viel auf der world west wird man den unterschied merken wird zwar auch wahrscheinlich kurz immer ein bisschen ruggeln aber dann lieber so als wenn man immer diese gedenksekunde hat wenn man ins menü geht also jeden einmal angefahren dann geht es wieder zum abladen auf den anhänger dann können wir den auch los schicken dann müssen wir schnell zum fendt und kriegen wir auch den rest schon fast weggedroschen ohne noch mal abgeleert zu werden noch mal aber Okay, ich fände bei der Nixa. Ich glaube ein 5.000er. Boah, das lohnt aber. 5.000er. So, das hat doch mal gut geklappt. So macht das netten Spaß, oder? Tommi, 280b, danke für den Prime, auch im 13. Monat am Start. Vielen Dank für deinen Support. Zwei Schlachter hast du, hast du eine gute Fleischverarbeitung. Ja, wir müssen ja gleich mal gucken, welche... Also zum 51er-Feld würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit vier Dreschern fahren wollen. Das machen wir mit zwei Mähdreschern. Und ja, dann beiden fahren schon mal zum Hoch. Einmal reparieren, einmal tanken. Dann dürften die schon fast fertig sein. Also wir können die dann noch schon mal zu 66 schicken. Und dann sind die anderen fertig. Ja, mit fünf Reihen und vier Dreschern ist zu viel, ne? Aber egal. Der fährt jetzt glaube ich nochmal wieder komplett links rüber. Und dann hinten nochmal ein neues Beet anzufangen. Ja, man denkt jetzt auch, können wir ja Pause machen, ne? Aber dann... Gut dann, lass wahrscheinlich schnell wieder ein. Gut dann, lass uns ja noch mal wieder ein. der kais ein abfahrer steht schon wieder da ich glaube hier kann es immer eine halbe stunde ungefähr was angezeigt worden ist nicht zu optimistisch gerechnet schön sei das gewünscht auch so danke okay läuft ganz gut rückwärts jetzt noch erwischt bevor er abwägen will weil der wird noch wohl eigentlich reichen wahrscheinlich alle vier fast für andere seite noch nicht mehr viel zu machen gut wir haben noch alle drescher hingeholt ist der mulcher hat schon zwei weitere fälle die gemulcht werden können ich glaube nicht dass wir 13 schon mal mit so viel gemult haben sind aber nur die kleinen kurse was her Also zwei Einfelder haben wir glaube ich, wo normale Strom noch da rumkommt. Reite im Schwad, also ich mache es eigentlich nur bei Raps, Raps auf Schwad legen, kriege so 20% mehr Ertrag oder so und bei Raps macht das ja schon was aus, weil man ja nicht so viel Ertrag hat vom Raps. Und für Dieselproduktion, Ölmühle und so ja doch ein bisschen Raps, Schweinefutter, wie auch immer ein bisschen Raps drauf geht. Aber es geht gut hier, also ein Überhaberwagen reicht für vier Mähdrescher in Herse. Ich schaff komplett ohne Standzeit und dadurch auch keine Verhackungen, weil ein Abfallhelfer auf einmal wieder vor Schneidberg fährt oder so, war wirklich ziemlich reibungslos. Ich habe einen Kompost hier gebaut, achso, achso, da kann ich sage, ja, dass Hülsenfrucht Stroh ist. Das gehört zum Beispiel genau von Erbsen, Kichererbsen, Bohnen, da kommt auch Stroh bei rum, nicht viel, also da muss man schon ein bisschen was haben. Aber man kann auch nicht erwarten, dass von diesen Hülsenfruchten viel Stroh bei rumkommt. Oh, Endspurt. Okay, es macht schon irgendwas komisches da hinten. Er hat einfach nur noch komisches Material gemacht, oder was? Jetzt kommt er doch. Das passt ja ganz gut, wir fahren jetzt außen weiter. Ja, der Kursplan ist sehr gut kalkuliert bisher das Feld. Mit denen ist es jetzt auch, glaube ich, ja, kann wieder zur Bahn sein. Ja. 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 Dann haben wir, glaube ich, noch mal so zwei Hopfenfelder, die geerntet werden wollen. Was geht eigentlich, ne? Dann halt das große Leinsaatfeld und ich glaube noch ein Dinkelfeld. Wahrscheinlich nehme ich jetzt einfach für die 51 die ersten beiden hier, die fertig sind, oder was. Und die anderen kommen zum Hof, zum Tanken, zum Auffüllen und dann weiter Richtung 66. 77. 77. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020